Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny Video von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder Eisenbanner. Denn das Eisenbanner ist wieder mal aktiv und Lord Saladin hat mal wieder schöne Dinge im Angebot. Nun, wir starten alle wieder mit Rang 0, dann haben wir hier die wöchentlichen und die täglichen Beutezüge, wie das Ganze funktioniert und wie man richtig Ruf levelt. Im Eisenbanner erkläre ich in dem Video, das ich in der Infokarte einblende. Rüstungen, naja, komm, wir sind ehrlich, die meisten wissen was sie drauf haben wollen, ob jetzt Sniper-Guer schneller nachladen etc. Das ist eigentlich für jeden klar. Eisener Camelot-Panzerhandschuhe sehen übrigens ganz ganz amüsant aus mit einem bestimmten Shader, das will ich noch kurz zeigen, ist mein kleiner Geheimtipp. Ich habe sie nämlich gerade an, das hier sind die Camelot-Rüstungsteile, die leuchten beim Titan sehr sehr cool, ist leider nur erhältlich für die PS-Spieler. Gut, wir machen Schritt für Schritt. Fusionsgewehr, Waffen, gucken wir uns ganz kurz an. Ich bin eigentlich nicht so der Fusionsgewehr-Spieler und ich habe die noch nie ausprobiert, aber das was hier drauf ist, zeigt eigentlich schon, dass sie sehr sehr gut ist. Versteckte Hand, damit man den Feind noch einfacher trifft, ist extrem stark. Dann können wir hier verstriebter Rahmen drauf tun, was die Stabilität immens erhöht. Und hier noch Hotswep. Diese Waffe breit zu machen, gewährt kurzzeitig Bonuspräzision. Das heißt, die spielen eigentlich alle miteinander, um hier die Stabilität zu erhöhen, die Trefferquote zu erhöhen und das Fusionsgewehr zu einer starken Waffe zu machen. Garantieren kann ich es nicht, aber wenn ich mir so die Perks anschaue und hier die Grundstats von der Waffe, denke ich, dass dieses Fusionsgewehr ein kleines Schätzchen ist und sich ein Kauf doch sicherlich lohnt. Ja, visiertechnisch können wir nicht wahnsinnig viel verändern. Dann gehen wir noch zu Eisenkranz. Ich bin auch nicht so ein Pistolen-Fan, muss ich gestehen. Das heißt, die Auswahl, die er hier dabei hat, ist nicht so der Hit. Ich muss aber sagen, Zen-Moment sieht als Perk hier sehr sehr interessant aus und Schnappschuss ebenfalls. Oder fixer Zug, um die Waffe schneller zu wechseln. Das heißt, es ist doch auch hier von den Perks lukrativ und ich denke, Leute, die gerne mit dem Eisenkranz spielen, also es gibt die einen oder anderen, die schon gute Erfahrungen damit gemacht haben, werden sicherlich auch sagen, das sind gute Perks, die hier drauf sind. Könnte also auch ein kleines Schätzchen sein. Ich persönlich bin aber nicht so überzeugt von der Eisenkranz schon als Grundwaffe. Habe jetzt noch keinen Reef dazu gemacht, aber schon ein bisschen damit gespielt. Bin ich zu Fan davon. Ich würde das mit Vorsicht genießen, was hier drauf ist. Wer aber viel Pistole spielt, sollte sich das Ding unbedingt mal anschauen und unter Umständen sogar kaufen. Gut, wie schon gesagt, rüstungstechnisch, ich glaube, da muss ich nichts dazu sagen. Falls ich im nächsten Eisenbanner doch noch etwas zu den Rüstungen sagen sollte, schreibt es in die Kommentare, damit ich ein bisschen Feedback kriege. Dann weiss ich, okay, dann zeige ich Titan Warlock und Jäger die Rüstung. Sag vielleicht noch was dazu, wenn das wichtig ist. Ansonsten lasse ich es weg, damit wir es möglichst kurz und knapp haben. Wichtig sind ja eigentlich nur die Waffen. Gut, eben wie man richtig levelt und wie was benutzen etc. In der Infokarte ist sonst noch das Video verlinkt, damit ihr sicherlich nichts falsch macht. Und waffentechnisch wisst ihr jetzt, was gut ist, aus meiner Sicht. In diesem Sinne, wenn das Video hilfreich war, lasst doch ein Like da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.